Hallöchen, herzlich willkommen zu Borderlands! Was für den Jäger! Ich komm, ich komm, ich komm! Bibi! Macht noch ne Waffenkist! Irgendjemand atmet schwer in sein Mikro, lass das! Okay, das ist ganz da hinten, wo ist das andere? Das steht gleich um die Ecke! Ja gut, um die Ecke ist was anderes, aber es ist direkt hier in der Nähe und ein weiteres Bisslteil ist wo? Ganz da oben. Also gut, dann machen wir erst das, was fast um die Ecke ist. Auf geht's! Bibi, uah! Bibi, uah! Bibi, 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 bibi. Da kann man nicht einfach runterhüpfen, oder? Ich würde die Sache sehr abkürzen. Ja, da kommen wir schon wieder Spinnen nach der ganzen Seite. wir können abkürzen wir müssen die Königin töten wir können die Schütze schon au scheitert den Geschützer in die Raketen die Trefferquote nach oben das wäre schon nice mit Raketen ja oh da ist die Königin ja 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 du hast doch nicht deine Säure Hände reingemacht damit zu verprügeln verprügeln läuft Was? 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 Höhö Warte, alle sind Flammen! Oder auch nicht. Kann ich holen? Ach nicht. Oh! Wir sollten ein bisschen weiter auseinander gehen. Boah, jede Fresse. Jaaaaah! Oh, wacht. Boah, stirbt doch eigentlich hier. Oh, Luki, wo liegst du? Ja. Okay, ja. Okay, jemand ist bei mir. Fertig mal weg. Boakten, schlägt ihn mal nicht so. Geh ihm hin. Rüber zu mir. Zweck, da! Das Problem ist, wenn du sie da ärgerst, dann hüpft sie in den Haus. Meine Fresse. Leider verdient. Liegt jetzt alle drei? Nein. Ich sag dazu nichts. Das König mit Chip lebt doch irgendwo, oder? Nee, das ist tot. Ah, okay. Jetzt. Na dann. Oh, Level ist auch wieder... Ah! Wo kommt der wieder her? Boah, du müsstest mich nicht auf das Granaten aufsammeln. Und dann über deinen Kopf werfen, weil genau so macht man das. Meine Fresse. Das tut's mal gut. Da hinten lebt noch einer. lebte so folge jetzt haben wir mal ein was ist denn ja das rum granaten sehr gut was war denn das so wo müssen wir denn jetzt sagen wir ja was für mich so jetzt müssen wir was zu geben zum kaufen für schöne geld aus besuche wir machen jetzt erst hausbesuche weil das gleich um die ecke ist hausbesuch macht der doktor immer ich bringe meine große spritze mit und bitte keine zwei der ms mail ja natürlich halt falsch ich glaube da geht ich glaube da geht es nicht lang vertrauen ich bin ich war genau der abgrund durch vollen hochklettern wollte was nicht geht also kann ich jetzt runter drücken und es ist ja und zwar schnell reisen aber muss ich hier laufen muss laufen und oder hinterher die Dickener Wichtiger mit der Pistole von der Entfernung Hau an! Das hat sogar weh! Dumm, dumm, dumm! Ach, komm, geh nur runter! Ähm, das hat's Geld nicht in der Luft. Das ist ein Claptrap. Gut. Aber wo vergischt? Oh, es sind alle runtergepft, oder? Ja. Ja. Na, ich denke mal, dass das Ding jetzt da oben ist, ne? Nö. Nicht? Nö. Oh, gleich um die Ecke da. Ja, ist bei Bleeder. Da, wo wir eh hin müssen. Ja. Oh, schön! nach hausfurt warum ich dachte die rakete machen kein boom 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 mehr ich muss ja gucken für jeden gegner der andere der rössung verschiedene gegner züge ich gehe zum auto da ist blieder was ist das, was ist das, was ist das wieder, die riesige Stechmücke, ja ja, ja, schnauze voll, Sirene, ja, Sirene, und das coolert weg, hat nicht mehr viel Zeit, so, das ist der Satzteil, ach so, das müssen wir uns runter, das müsste wohl hier rumliegen, oder da oben drauf, im Rohr drin, auf dem Rohr, was entdeckt, da hinten, nee, Kannst du ins Rohr reingucken, welches Rohr, was soll denn das Rohr, nee, da oben, drin ist nix, Da oben nix drauf, auf dem Rohr, Ok, ein Rohr Spaß, also ich guck mal, dass ich aufs Rohr, alter, meine Fresse, er leckt mich doch am Arsch, wie kommt man denn auf dieses Rohr, hier, Kann denn hier fucking ernst sein, oder? Oh, muss man jetzt echt außen, ach, wir müssen wieder da oben, nein, oh, Ich lauf mal zum Rohr, Alter, Boah, Scheißfeld, Leid an eine Nähe vom Klappi, Was? Wo ist der jetzt? Doktor Leid an der Nähe vom Klappi, denn Und Jan? Ich glaube, einmal ums Level wieder rum, um dieses Scheißrohr zu kommen. Ist ja echt unmöglich. Was soll denn das? Das macht man doch nicht. Ja toll, Spider-Ends. Fick durch. Boah, ich bin keines Spider-Ends. Lass mich nicht hoch. WTF? Die sind alle mit sich selber beschäftigt, dann lass ich den rum. Misch ich mir das gar nicht ein. Oha. Oh nein, Club-Track bis Lech. So ein Pech. Boah, ich kenne Lust. Alter, bis ich da bin. Puh. Ja. Boah, wo ist das Scheißrohr? Ich bin zu weit, ne? Die Läden haben ein neues Inventar. Fuck you. Guck mal, ob die Karte... Oh, Alter. Ich seh das Rohr auf der Karte ja nicht. Du bist höllisch weit weg. Da drüben ist das Rohr. Oh, Alter. Fickt euch, ihr Mistviecher. Ja, sowas will man noch hören. Ja, ist so. Ja. Ähm. Da hinten, ich komm hoch. Boah, ne. Ernsthaft? Ha, 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 ha. Ist eine Herausforderung. Also nicht da hoch zu klettern, sondern den ganzen Weg dorthin zu rennen. Wer versteckt denn sowas da oben? Wow. Wie komm ich denn hier wieder weg? Rückwärts laufen. Jetzt fall du ja nicht runter, gell? Du bist hinter mir. Hattest du mal nichts gesagt, dann bist du mir mitgelaufen. Ja, leider muss ich auf dich auch passen. Danke schön. Wie? Wie? Ich dachte wir sind ein Team. Hat mir keiner gesagt. Dass wir das nicht sind. Bei meinem Glück kommt man irgendwie auch diesen scheiß Berg hier hoch. Aber ich hab's nicht geschafft. Ja, auf der Seite kommt man ganz sicher hier hoch. Ach. Wie das so aussieht geht das. Ich hab's ein Achievement für Rohrkletter. Einmal ums Level gerohrt. Super Mario. Boah. 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 So. Ich geb's ab. Warte. Mach's zu spät. die wieder weg wir gucken mal die Kapazität, ich renn mal dem Claptop in da, ja oh oh, check me out ja, tanz, nur ja, wichser so, jetzt gucken wir mal nach Loki, was der wieder angestellt hat ja, ich bin irgendwo runtergerutscht hier, und jetzt bin ich unten am Wasser an den Filzklippen aber kommen wir nicht mehr weg warte, da vorne seh' ich Nu, da kam ich vielleicht raus ach, du bist auch hier unten ok hier sind, da ist ne Rampe, oder beziehungsweise da ist er gezogen, ja, das ist einfach geklangen, oder? ok, der hat nichts, hieß schade, aber gut, denk dran, dass ihr in irgendeinem Teil jetzt lager Lagerkapazität habt, meine Fresse ich hab bei Sachen auf ach, egal, ihr wisst schon, was ich meine äh, karte ja, ok, bleibt noch da, wir müssen in die Richtung mhm 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 oh, ich muss was trinken den Metall upgrade ja ja und auch gerne mhm sehr schön mhm 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 h mhm wir machen durch bis morgen früh, und haben Durchfaller ha 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 kein Durchfaller-Rahmen. Nee. Wer halt ein Durchfaller-Rahmen. Wieder einer weniger! Was? Oh, Alter. Ja, ich weiß nicht, was dummes, aber ich tue es mit Absicht. Ah, nerf das hier! Die Treffer-Große Akku! Ja, Spider-Henzy, schon sehr nervig! Ja. Wie lässt denn 700 Dollar hier rumlegen? Ja. Irgendwie kein Loops. Der Regen! Oh, wo müssen wir lang? Ich guck da nie drauf. Geradeaus. Da-da-da-la-la. Da-da-da-la-la-la-la-la-la. Okay. Ich seh die ja überall! Ich hab die Position. Ach, ich schaffe das nicht mal. Ich schaffe das nicht mal. Das ist geil. Bin mal nachladen. Oh, ich ruhe mal kurz unten den Köter. Hab den Boss beschworen. Oh ne. Wir haben abgeliefert. Wir können eigentlich wieder gehen. Sparen wir uns den Scheiß hier, ne? Oh ne Scheiß, kein Preis. Der Scheiß ist heiß, was? Okay. Okay. Hm, okay. So, die Hauptquest. Und zwar in diese Richtung, wo ich hingucke. Wenn ich überlebe. Rennt einfach weg. Die echte Männer. So, ruhig. Ganz nach oben. Na gut. Hauptquest. Hauptquest. Das Tier, das ist das Schönste. Und ein paar Waffenverkauf. Äh. Komm weiter. Achtung. Ich dachte gerade Arschlecken. Da geht es gar nicht lang. Hallo. So. Boah. Immer rein spaziert. Ja. Hier gibt es nichts Gutes. Mist. und 460 b da gibt es auch die scheiß ends für die neue gegner bestimmt gibt es da auch 1 oh ich weiß was dir passiert ihr solltet alle herkommen vielleicht verwechsel ich auch mit borderlands 2 das ist egal ich glaube ich verwechsel es mit borderlands 2 um was ist das für eine waffe komm jetzt komm jetzt warte noch warte noch ja ich shoppen ja ich bin nicht am shoppen ich shoppen noch früh shoppen 24 prozent teamverlängerung gehabt nein wir haben irgendwas besseres bei dir ja pulver und einen oh man oh aber die säurewaffe ist ja stell dich direkt vor den sniper mann meine fresse es ist ein bisschen das Maschinengewehr hat einen Sniperaufsatz schluckli das machst du schon wieder ja ich bin schon wieder runtergefallen wie kann man denn die Töne hier runterfallen ja einfach zu laufen das hat alles mit dem Alkohol zu tun nö wir müssen uns beim nächsten Freitag testen einfach mal ein Alkohol verbinden dann guck ob du trotzdem hier runterfällst waaas ja ihr das ist schon hoher geworden obwohl du bist halt auch sehr oft gestorben ne das war am Anfang da war noch nicht warm ja eben also das war das war das war also das war alles klar aber auch Heute ist Und da geht er Down Down geht er Down Du hast er kommt Artefack Ja, ja, ja Das ist Strom Artefack Von wegen Elite Von wegen Elite Geld Oh, 938.000 Sehr geil Ja, Leute, das war's auch für die heutige Folge von Borderlands Macht's gut Tschüssi Tschüssi Tschüssi